KSK hört sich nach Krankenkasse an, ist aber das Gegenteil. Das Kommando Spezialkräfte ist eine Eliteeinheit der Bundeswehr. Und wenn man bei militärischen Einheiten das Wort Spezial hört, ist Vorsicht geboten. Man könnte die Truppe auch GENA nennen, geht euch nichts an. Allerdings haben Journalisten vom Spiegel, Fokus und vom Y-Kollektiv frecherweise doch mal hingeguckt. Hitlergrüße auf einer Feier, geheime Waffenlager, Umsturzpläne. Lustige Truppe. Die Verantwortlichen haben natürlich sofort reagiert. Auf YouTube, WhatsApp und sogar mit Plakaten. Eine neue Webserie der Bundeswehr. Über die KSK. Ein digitales Jobcenter für die ganz Harten. Die essen bei Nüssen die Dose mit und haben alle Platten von Camouflage. In KSK Kämpfe nie für dich allein sieht man vor allem Robert Mark Lehman. Abenteurer, Fotograf und Kameramann. Den Bart hat er sich bei Call of Duty abgeguckt. Die KSK selbst trägt Kopfsocke und bescheuerte Hüte. In der Serie darf G.I. Lehman mit einer KSK-Einheit zu einer Trainingsmission nach Belize. Sind die Typen cool oder finden sie mich total beschissen? Da wird für die junge Community der Dschungel gecheckt. Rund 300 Soldatinnen und Soldaten gehören zum geheim operierenden Sonderkommando. Die genaue Zahl ist natürlich auch geheim. Ihr Auftrag? Deutsche Staatsbürger weltweit aus Notsituationen befreien. Der letzte Anruf kam von Alice Weidel wegen dieser leidigen Spendensache. In der Serie trainieren die Killcracks in so einer Art Open Space Trainingslager in Mittelamerika. Die Schlacht gegen Regen, Käfer und Durchfall ist nicht nur auf YouTube zu sehen, sondern wird auch via WhatsApp verbreitet. Dazu kommen ein Podcast und sogar ein passendes Alexa-Fitnessprogramm. Kann man so aktivieren. Alexa, reiß mir den Arsch auf! Das Ganze sei, so die Bundeswehr, ein einzigartiges 24-Stunden-Serienerlebnis. Es mag ja in Ordnung sein, dass die Bundeswehr so einen 24-Stunden-Notfalldienst betreibt. Aber warum dieser Sound von Carglass und Check24? Weil es Nachwuchsmangel gibt. Das hört man aus fast jedem Satz heraus. Immer wieder erwähnt Robert Mark Lehman, wie übermenschlich die Leistungen des KSK sind, was für ein super Teamgeist dort herrscht und wie sinnstiftend die Arbeit als Soldat in einem Sonderkommando für Deutschland ist. Und wem das noch nicht reicht, für den haben Lehman's Kameraden auch noch ein paar motivierende Kalendersprüche. Quäle deinen Körper, sonst quält dein Körper dich. Klubbige Musik, schnelle Schnitte, nervige WhatsApp-Einblendungen. Was da als großer Abenteuerspielplatz und Body-Change-Programm präsentiert wird, bedeutet im Zweifelsfall immer noch Töten und Getötet werden. Denn das Soldatenleben ist nun mal kein Job wie jeder andere. Daraus eine Reality-Show zu machen, ist zwar nicht verboten, aber total dämlich. Gesetzge-Programm präsentiert wird,